Hallo liebe Leute, Doug aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pensil von ein deutsches Wort für euch für der Woche. Und das Woche bringe ich wieder ein Wort, das mit Essen zu tun hat. Und das ist Siesgrumbiere. Na, für die Leute in die Pals, völlig verstanden. Hab's verstanden, ja, Siesgrumbiere, Siesgrumbiere. Die sind die orange Grumbiere, die aus der Grundkummer. Und sie sind arig, arig appetitlich. Ich esse, ich gleich Siesgrumbiere zu essen. Und da in Amerika, wir essen ziemlich viel Siesgrumbiere. Aber ich beim A-O-B-E-S-E, das kommt. Und auf dem Spadio, weil sie dann frisch aus dem Grund sind, Siesgrumbiere. Ich mache einen Supp aus Siesgrumbiere. Ich gleich sie ganz einfach gebacken oder gebrotet. Das ist auch gut. Es ist gern mit Schungelfläsch. Mmm, arig appetitlich. Wie steht es bei euch gleich der A, Siesgrumbiere zu essen? Lasst mich mal wissen. Lasst mal einen Kommentar nur noch. Und bis zum nächsten Mal. Ess ein paar Siesgrumbiere. Jo, mag's gut.